Also ich bin Tom Novy, ich bin Labelgründer von Novo Niveau Records und jetzt seit kurzem von Urban Electronic. Ich mache das immer noch sehr viel mit Passion und Leidenschaft. Novo Niveau Records ist das Hauslabel im weitesten Sinne und Urban Electronic ist das Lo-Fi-Elektronica-Label, weil ich der Meinung war, dass ich mich jetzt auch mal spezifisch mehr um diese Musik kümmern möchte. Und ja, wir erzählen euch was. Wir hatten damals zu Vinyl-Zeiten, ich war ja ein Cosmo-Artist, also war ja bei Cosmo Records gesigned und hatte aber immer wieder damals auch schon verschiedene Edits gebastelt. Das ursprüngliche Label oder das ursprüngliche, sag ich jetzt mal, Bootleg-Label hieß Casanovi oder Ganovi Records. Also war ein kleines Wortspiel und irgendwann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich mache da jetzt ein Label draus und da war dann aber schon das digitale Zeitalter angebrochen. Da war es dann auch noch wesentlich einfacher und habe mir gedacht, ist doch immer gut, wenn man junge Künstler auch an der Seite hat und auch schaut, was gibt es tatsächlich Neues. Und natürlich auch als Plattform. Damals liefen auch die Verträge mit Cosmo aus. Ich war dann kurzzeitig bei Contour Records und habe mir dann gedacht, naja, jetzt vielleicht über das eigene Label einfach mal probieren und das macht mir großen Spaß. Also ich sehe das so, wenn man ein eigenes Label hat, hat es natürlich folgende Vorteile. Man ist künstlerisch überhaupt nicht eingeschränkt, man ist quasi sein eigener A&A und man kann junge Künstler entdecken, supporten und vielleicht sogar auch auf die richtige Reise schicken. Ich weiß, dass viele junge Künstler die großen Major-Deals anstreben, weil dann natürlich sie glauben, dass die Reichweite auch gleich erhöht wird dadurch. Am Ende des Abends bleibt von der ganzen Karriere nicht viel übrig. Und insofern ist es ein kleines Sub-Label für mich erstrebenswert. Ich bin so lange im Business, ich habe das alles schon hinter mir. Ich habe die Major-Deals hinter mir, ich habe die großen Agenturen hinter mir. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in so meinem kleinen eigenen Kosmos arbeiten kann und dort auch genau kontrolliere, welche Art von Musik ich tatsächlich rausbringen will und welche nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch so ein bisschen bei der Leidenschaft bleiben sollte, denn gute Musik wird entdeckt und wird auch gehört. Und letztendlich sollte man sich auf die Musik fokussieren und schauen, dass man dort jetzt nicht immer im Hinterkopf hat, komme ich auf eine Playlist drauf, kann ich viral mit dem Track gehen, habe ich den richtigen Memen dazu. Und ich glaube, man sollte sich tatsächlich wieder auf das fokussieren, worum es eigentlich geht beim Label, nämlich auf die Musik. Dadurch, dass es so digital geworden ist, braucht man auf alle Fälle schon mal einen ziemlich guten und modernen digitalen Vertrieb. Dann Kompliment an euch an dieser Stelle erstmal. Der Frank und ich sind eigentlich lange Freunde, Wegbegleiter. Ich habe viel mit dem telefoniert und wir hatten viel zu tun. Und ich wusste, dass er damals DIGDIS ins Leben gerufen hat und das auch sehr passioniert betrieben hat. Ich glaube, das war damals mein Labelmanager Marc, der die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, okay, komm, wir gehen jetzt mal mit was Neuem. Und gesagt, getan, dann war der Umzug auch schon fällig. Aber für mich war es wichtig, auch zu sagen, hey, lass uns doch mal anderes Fähren ausprobieren. Und ich glaube, dass ihr euch da mittlerweile ganz schön kräftig aufgestellt habt auch. Das Sound bei Nouveau Niveau ist schon Haus im weitesten Sinne, aber wir haben auch durchaus mal einen progressiveren Release oder mal auch ganz früher sogar fast schon einen leicht EDM angehauchten Release. Das liegt aber auch viel mehr daran, dass wir Künstler oder Partner oder Freunde haben, die Musikproduzenten sind, denen man natürlich auch immer eine Plattform bieten möchte und jetzt nicht gleich hergehen möchte und sagen möchte, hier kommt die A&A-Zensur und ich bin der Tom Noby und du hast es gefälligst so zu machen, wie ich das möchte. Sondern das ist schon auch wichtig, dass ein Label quasi auch das bietet, um den Freiraum für den Jungen oder auch für den alten Künstler zu schaffen und zu sagen, hey, das schicke ich jetzt zu dem Label, da wird es doch ganz gut aufgehoben. Vielleicht wollen die das ja machen. Und manchmal muss man auch Releases einfach für Releases gehen, wo man jetzt vielleicht 100% nicht dahinter steht, aber man den Künstler sehr schätzt. Da muss so eine Balance her, finde ich, von allem. Weil wenn man es dann im Ganzen sieht oder man vielleicht irgendwann mal eine Compilation zusammen macht, dann ist der eine Track, der vielleicht nicht so gut funktioniert hat, auf der Compilation aber doch wirklich entscheidend oder macht einfach das Ganze rund. Und insofern, glaube ich, ist es schon eine wichtige Sache, dass man als Labelbetreiber auch immer im Kopf hat, dass es auch noch andere Künstler da draußen gibt, auch wenn man jetzt der Main Artist ist. dass ihr gesagt habt, Loser ein Fähes undтьuld, und Vielen Dank.